Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt, unserem Podcast der Braunschweiger Friedenskirche. Ich bin am letzten Teil einer sechsteiligen Miniserie zu Basal. Basal heißt grundlegend elementar und ist ein Akronym, ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben anderer Worte zusammengesetzt wird. Basal eben. Und der erste Teil war die Einführung, die anderen fünf Teile zu jedem Einzelnen dieser Worte. Und ich komme heute zum letzten Wort. Basal steht für Beten, Austauschen, Segnen, Anbeten und Lernen. Ich komme also heute zum Lernen. Ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir wachsen wollen, ist zu lernen. Ganz klar, jeder Pädagoge würde das sagen. Der wünscht sich ja Schüler zum Beispiel, die lernen oder Studenten, die lernen und dazu lernen und nicht nur vielleicht den Stoff können, sondern auch die Zusammenhänge verstanden haben, begriffen haben. Ergriffen sind vielleicht auch ein bisschen von dem, was da ist und das idealerweise natürlich auch umsetzen können in ihrem Alltag. Lernen ist, ja, das könnte jetzt Michael Bendorf viel besser als ich sagen, ja, in Lernzieldimensionen zu erfassen. Ja, Kopf, Herz, Hand. Ja, das geht um den ganzen Menschen. Und wie kann das nun gehen, in einer basalen Gruppe zu lernen? Erstmal für euch natürlich auch den Bibelferst, wobei es da natürlich auch wieder viele gäbe, aus Kolosser 1, Vers 7. Da heißt es, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist und der uns auch Vers 8 berichtet hat, von eurer Liebe im Geist. Da geht es um Glaube und um Hoffnung, um die Dinge, die durch die Wahrheit, das Evangelium in diesen kolosseischen Gemeinden gewachsen sind. Und Paulus attestiert den Kolossern und sagt, ihr habt es gelernt, ihr seid darin gewachsen. Man merkt es in der Liebe, ja, die ihr im Geist habt, ja, daran merkt man, dass ihr gelernt habt, was das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus eigentlich konkret bedeutet und eben nicht nur theoretisch, ja, nicht nur Kopfwissen, sondern auch Herzwissen, Handwissen, wo ich sagen kann, ich habe verstanden, was das bedeutet und wie es auch umgesetzt werden kann. Und diese Liebe ist ja nicht nur eine Liebe im Geist, irgendwie so, ich bin total verliebt im Geist, aber keiner merkt es. Nein, es ist eine Liebe, die im Geist ist, ja, die im inwendigen Menschen ist, ja, und gleichzeitig aber auch sichtbar wird in den Taten, in dem, was wir tun und wie wir unterwegs sind. Darum geht es. Und bei den basalen Gruppen, ja, eins zu eins, ein Freund mit einer Freundin, ein Paar mit einem anderen Paar, so zwei Haushalte, die sich treffen per Skype, Teams, Zoom, wie auch immer, aber vielleicht auch persönlich mal einen Spaziergang machen, sich im Garten hinsetzen, wenn das Wetter mal das zulässt oder so, mit gebührendem Abstand natürlich, oder sich auch im Haus treffen können, in der Wohnung treffen können, auch mit Abstand im Wohnzimmer zu zweit oder auch zu viert ist das in der Regel in so ziemlich jedem Wohnzimmer in unserer Stadt möglich. Von daher, es ist die Möglichkeit, miteinander leben zu teilen, sich verbindlich miteinander zu stellen und zu sagen, wir wollen jetzt in diesen Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, keiner weiß das genau, miteinander leben und teilen, weil wir Gottesdienste im Moment nicht ganz so erleben können, wie wir sie gewohnt sind. Wir dürfen zumindest im Moment nicht singen, auch mit Masken nicht und wir müssen Abstände einhalten, begegnen einander nicht, können einander nicht umarmen, all diese Dinge laufen nicht, nicht unter Handauflegung miteinander beten. All diese Dinge, die sonst so natürlich sind, auch das Kaffee zwischen zwei Gottesdiensten oder dem Bistro nach dem Gottesdienst, wo man zusammen was isst oder bei Fiesta dann noch auch die Zeit bei unserem Abendgottesdienst mit den jüngeren Leuten, wo wir dann auch zusammen noch gesessen und gegessen haben oder in Kneipen unterwegs waren, die jetzt aber auch geschlossen sind im Lockdown. Von daher, was willst du machen? Da geht eben nichts. Also, die Frage ist, wenn das alles so ist, wie können wir jetzt Räume schaffen, um miteinander unterwegs zu sein und dann auch voneinander zu lernen. Dann erzählt der eine, das und das habe ich umgesetzt und der andere fragt auch mal nach, wie war das denn, wie ist das denn gelaufen? Man könnte sogar auch konkret für sich dann auch konkrete Schritte auch mal benennen, sagen, ich möchte diese Woche oder in den nächsten vier Wochen das und das möchte ich gerne machen und umsetzen. Der andere kann dann sagen, okay, wie ist es gelaufen? Hast du es geschafft? Und dann kann man voneinander auch lernen und sieht, okay, das und das hat funktioniert, das und das hat nicht funktioniert und man ist miteinander auf dem Weg und wird bereichert und beschenkt durch den anderen oder bei zwei Paaren, durch das andere Paar, durch die anderen. Wird man beschenkt und kann dazulernen, kriegt eine Außenperspektive, wo jemand immer sagt, also ihr sagt immer so und so und so und so, aber das nehme ich ganz anders wahr. Wir sind jetzt schon seit Wochen, seit Monaten unterwegs, wir kennen euch ziemlich gut und ich würde sagen, ihr macht das ganz toll mit eurer Erziehung. Zum Beispiel sowas, ich glaube, das hört jeder gerne, der Kinder hat, dass mal jemand anderes, der einen kennt, der einen beobachtet, der dran ist, ja, dann sagt, das machst du gut oder du hast irgendwie ja Teenies zu Hause, das ist bei mir auch der Fall und dann kommt jemand und sagt, ja, das war bei unseren Kindern ganz genauso, ja, das ist völlig normal, es liegt nicht an dir, du bist nicht die Pappnase, die es nicht geregelt, sondern es ist einfach so, dass Teenager manchmal, ja, wie soll ich das sagen, nicht ganz alle Tassen im Schrank haben oder ich sage es mal so, ich habe mal einen Spruch gelesen und ich dachte, das passt total, ja, wegen Umbau vorübergehend geschlossen, ja, da sind so viele Prozesse im Körper, dann kann man in der Kommunikation nur noch mit kurzen Worten antworten, nein, raus, wie solche Sachen und das, glaube ich, kennen alle Eltern von Teenagern. Wenn ihr noch keine Teenager habt oder noch keine Eltern seid, ganz entspannt, es gibt ja auch schöne Zeiten, so ist das nicht und alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja, Teenies können wiederum auch andere Dinge, die Kleinkinder halt noch nicht können, sagen, das hat auch wieder was für sich und dann sagen mir auch wieder alle, die schon ein bisschen älter sind, ja, und wenn sie aus dem Haus sind, dann hast du das alles vergessen und jammerst ihnen nach und weinst ihnen nach und hetzt sie gern mal wieder bei dir. Ja, so ist es wohl. Also, was sage ich damit? Lasst uns miteinander lernen und ich empfehle dir, ich empfehle euch, denkt drüber nach, betet drüber. Wer könnte die eine Person sein oder das Paar, mit dem wir uns treffen und wo wir uns auch committen und sagen, verbindlich sind wir hier miteinander unterwegs und teilen unser Leben, ja, indem wir beten, uns auf Herzensebene austauschen, indem wir einander und die ganze Stadt, das ganze Land, die ganze Welt segnen, indem wir anbeten, ja, im Lobpreis in den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, aber auch durch das Wort Gottes Gott einfach Dank bringen, Lob opfern für das, was er in unser Leben hineinbringt und letztens, indem wir lernen, einfach immer wieder lernen von dem, was bei uns gut läuft, vielleicht da, was wir irgendwo gehört haben, wo man sich inspirieren kann und miteinander unterwegs ist, nicht nur hier, sondern auch da und da, mit Kopf, Herz und Hand. Basal. Ich glaube, das ist ein gutes Konzept für diese Zeit, das uns echt weiterbringt, um geistlich gestärkt aus dieser Krise zu kommen. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und Gottes Segen. Tschüss.